Hallo und willkommen bei Hartverrat. In diesem Video das Update des 1.100 Euro Gaming Computers September 2016. Als Prozessor der Intel Cry 7 6700 mit 4x3,4 Gigahertz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,0 Gigahertz, 65 Watt HDP, eine integrierte Grafikeinheit, er hat Hyper-Threading, das bedeutet jeder Kerner 2 Threads, also ein theoretischer 8 Kerner und er wird in der Boxversion geliefert, das bedeutet ein Kühler, ist schon dabei. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Spiele ohne Probleme aus und sollte für Gamer die nächsten 3-4 Jahre locker ausreichen. Dann hat Mainboard das MSI B150M Pro VD mit dem Intel B150 Chipsatz, es hat USB 3.0 SATA 3, 2 DDR4 RAM-Bänke, PSA Express 3.0, ein 5.1 Soundchip Und am IO-Panel einmal PS2, zweimal USB 2, viermal USB 3, VGA und DVI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, eine LAN-Buchse und drei 3,5mm Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 16 GB von G-Skill, DDR4 2133 und CL15 sind normal schnell, es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Share-Modus betreiben Und 16 GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Und als SSD die 240 GB OCZ Trion 150? Es ist eine normal schnelle SSD und 240 GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Als Festplatte eine 1 TB von Toshiba, sie gehört mit 3,5 Zoll und 7200 Umdrehungen zu den schnellsten Desktop-Festplatten Und ein Terabyte soll für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 8 GB Inno 3D GTX 1070 Sie ist dank der guten Kühlung und des niedrigen Stromverbrauchs recht leise, mit ihr sollte man so gut wie alle derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 450 Watt Cooler Master G450M 450 Watt sind für den PC viel mehr als genug, man hat also noch Platz zum Aufrüsten. Und als Gehäuse das Fractal Core 2300? Es ist ein schlichtes Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten, außerdem sind zwei Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, wer den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen, ich hoffe euch hat das Video gefallen, falls das Video älter als 2 Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken, dieser führt euch immer zur neuesten Version, dann bis zum nächsten Video.